Oh, Pants Entertainment present, Freestyle, Opa Khalil Jones, Tapsy Carey, Harry Kane, Kiwi Wonders, Pants Unit, oh, Jeden Morgen um 8 Uhr sind wir wach auf dieser Insel, ha, da haben wir schon gelacht, als kleine Hosenscheißer kamen wir in diesen Block, es war ziemlich steinig und sie nahmen uns hops, doch heute sind wir am Hebel, wir sind die Berserker Pistolenfreaks, die Revolverhelden, jede Nacht geht es ab, die Kupferfarmer werden gekonnt, keine Gnade, die DKL, die ist am Troll, DKL gibt es nicht mehr, Corleone muckt auf, unknown, Unit, ha, das wär ein Traum, ihr glaubt doch wohl nicht, dass diese scheiß Gruppierungen hier eine Chance haben, denn es gibt nur eine Fraktion, ich bin der André Pants, bin bei der Polizei, das ist die Fraktion Nummer 1, denn die ist gescheit, ja du weißt Bescheid, wenn Opa Khalil kommt, dann renn lieber schnell weg, denn er nimmt dich auf, Hurricane hatte schon einige Bants auf diesem wunderschönen Land, seid mal gespannt, was als nächstes noch dazu kommt, ihr werdet sehen, der Hurricane hört hier Wirbeln gehen, Krypse Carry frisst deine Kinder auf, er ist ein kleiner Clown, doch er fängt sich eine von anderen Bants, denn er kennt keine Gnade, die Kinder sind nicht in meiner Schublade, guckt er diesen Hunter an, wie er neben mir herfährt, guckt ihn an, ohne Licht, ein Verkehrssünder, yeah, bei so froh, dass ich gerade nicht im Dienst bin, als würd ich deinen Hunter sprengen, und zwar instant, was willst du tun mit meiner PDW, werde ich dich ganz locker leicht auf Eis legen, ab in die JVA, du wirst nie wieder Tageslicht sehen, denn ich bin der Beste hier im Land, altes Live Your Life ist unser Server, Evolution Gaming hat keine Gamer, alles nur Hurensöhne und kleine Spasteln, ich werde sie mit meiner Hextos erhacken, alle werd ich die aufschließen, du wirst sehen, kennt ihr Herbert Schlitzer, ja, würd bald breitbeinig gehen, wenn ich mit ihm fertig bin, dein Arsch mir hat's geliftet, Hurricane, komm erzähl mir deine Geschichte! Also, also, das war gut, muss ich echt sagen, das kommt auf, darf ich das auf YouTube hochladen? Oh Gott, oh Gott, ey, das wär echt Ehre, wir teilen uns die eine ab, naja, also, wenn du willst, kannst du hochladen, so, da ist auch ein Forum stellen, ja, mir auch egal, boah, geil!